ja also und damit seid gegrüßt meine jenen zwerge gnome hobbits und englern zu anderen part pokémon let's go evo die mit dem zwergen fürcht da oben schläft ein mauzi und wir begegnen uns direkt in den tunnel das müsste der modberg sein ja dann der eingang ich würde mal sagen auf geht's Der Mondberg, ja, da wären wir also Paras, haben wir gedacht. Okay, ich hoffe wir sind gut vorbereitet, und da ist Team Rocket. Oh man, der Part, der beginnt ja sehr gut. Ströbel scheint nichts zu sein. Ich habe die Animes übrigens nie geguckt, also nie wirklich. Ich habe mal ein, zwei Videos geguckt, also ein, zwei Folgen geguckt, aber ja, also nie ernsthaft. Ich weiß nicht wieso, aber naja, sei es drum. Hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist etwas zweiter Dutzend. Hey, du da, hast du uns etwa gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mauzi doch etwas aufgetragen, Wache zu schienen. Ach, das war euer Mauzi, was da oben drauf lag und schlief. Da du uns so frech bespitzelt hast, wirst du bestimmt, dass hier dann auch auf der Suche nach seltenen Fossilen sind. Aber glaub bloß nicht, dass wir im Video belassen werden. Ganz genau. Wenn jemand diesen staubigen alten Steine in Zoster verwendet, dann wir. Ich weiß gar nicht wirklich, wer was redet, aber gut. Und warum das Fragezeichen sind, warum da Fragezeichen stehen, ist mir auch völlig egal. Ne, egal ist mir nicht, aber ist mir auch völlig unklar. Ist ja irgendwie klar. Ähm. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wie könnte das sein? Jassi und James? Ah, nee. Kleinstein erscheint. Zieh auf die Mitte des bewegenden Rings. Um einen möglichst guten Wurf zu landen. Abgebildet ist natürlich ein Onyx. Je kleiner Ring ist, wenn du nur seine Mitte triffst, desto besser würdest du. Jetzt ist der Wurf bewertet. Aha. Das heißt, der bewegt sich jetzt auch noch, oder was? Na dann ziehen wir mal. Ein Kleinstein kann ich durchaus gebrauchen. Zack. Gut. Ja. Zack. Das ging ja hervorragend. Ein Kleinstein wurde gefangen. Ein Weibchen. Na dann weiß ich. Ja welchen Namen der kriegt. Blick erreicht Level 12. Sehr gut. Und Kleinstein. Mit Kleinstein wurde in die Box gepackt. Ähm. Ja. Hol ich ihn gleich mal auf. Das ist der Box. Neben dem Pokédex wollte ich jetzt nicht unbedingt angucken. Das können wir später machen. Oh mein Joy-Con spielt wieder verrückt. Wie ich das liebe. Gucken wir mal eine Box. Da hätte ich gern Kleinstein beim Team hinzufügen. Ähm. Ich würde mal direkt sagen. Takeru. Den schicken wir aus dem Team raus. Da haben wir. Jetzt. Ja. Wir haben zwei Finanzen-Druckmann. Pepe ist schon gut. Dann brauchen wir nicht auch noch das Bisasamen. Verzichte drauf. Tut mir leid Takeru aber. Ich liebe erstmal Verzicht. Und Kleinstein kriegt den Namen. Na. Welchen Namen kriegt er denn? Er kriegt den Namen. Den Namen. Meri. Ja. Und Level 7 ist er. Ja. Nicht der Stärkste. Aber. Ich hole ihn einmal aus meinem. Puckball. Weil hier. In der Höhle. Da muss nicht Pepe mit rumrennen. Er kann mal. Kleinstein mit rumrennen. Oh. Zubatz. Da will ich mir auch einen von fangen. Auch wenn ich es nicht mit das Team nehme. Kann ich es jetzt zum Professor schicken. Oder. Irgendwas auch einfach in der Box aufbewahren. So kommt es mir. Zubatz. Das ist das erste Mal. Dass ich freiwillig gegen einen Zubat kämpfe. Was man so hier alles in. Guck mal. Let's go. Iwodi. Erfährt. Hätte ich auch nie gedacht. Also wenn man mir. Vor zwei Jahren. Wenn man mir. 2016. Bei meinem ersten. Let's play. Puckman. Quatsch. Puckman Y. Genau. Puckman Let's go. Puckman Y. Wer mir da. Erklärt hätte. Ich würde. Irgendwann. Gerne. Also. Bereit würde ich. Freiwillig. Auf einen Zubatz. Zu gehen. Und das. Und in. Ein Kampf. Damit ist ja nicht wirklich. Ein Kampf. Ein. Quasi. Kampf. Mit. Zubatz. Treten. Hätte ich den. Für. Bekloppt. Erklärt. Komplett. Wahnsinnig. Ein paar. Der wilde. Puckman hier. In der. Höhle. Muss natürlich. Mondberg. Auch. Gefangen werden. Das darf natürlich. Auch hier nicht. Vernachlässigt werden. Und der erste Puckman. Geht. In die falsche Richtung. Aber wir haben noch. Genügend. Parat. Zack. Und ein Paras wird gefangen. Eins. Zwei. Drei. Und. Schwups. Nein. Es ist ausgebrochen. Geflixt. Und zählen. Zack. Ups. Recht ist drin. Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Na komm. Na. Komm. Das ist doch nur ein einfaches Paras. Oh. Na dann. War es wohl nicht so richtig. Aus dem Weg. Ihr Pokémon. So. Ein Trainerkampf. Na das wurde mal Zeit. Da drüben ist. James. Was willst du? Ich frage dich auf meine Freunde. Wir haben uns in der Höhle aus den Augen verloren. Das kann schon mal passieren bei so einer großen und übersichtlichen Höhle. Da kann man sich schon mal verirren und aus den Augen verlieren. Aber die hat auch nur wieder ein Pokémon. Warum haben die Trainer alle immer nur ein Pokémon. Ich hoffe das bleibt dann bei der Top 4 auch noch. Ich bezweifle es zwar stark. Aber das wäre natürlich schön wenn sie das so beibehalten. Und die Top 4 dann auch immer nur ein Pokémon hat. Dann sind wir jeweils durch. Ist das Spiel ein bisschen leichter. Aber. Oh. Ein Knofenzer gegen ein Knofenzer. Ein Knofenzer gegen meinen Knofenzer. Ähm. Wollen wir es machen. Einfach so aus Spaß. Einfach mal Kopfnuss testen. Wow. Kopfnuss ist sehr effektiv. Das bringt was. Na komm. Kopfnuss. Knofenzer besiegt Knofenzer. Also Pepe besiegt Knofenzer. Das ging ja schnell. Level. Level 10 für Pepe. Das ist gut. Da kann er immer weiter stärker werden. Ich glaube wir würden mal jetzt mal. Also ich würde jetzt mal. Das königliche wir. Das habe ich glatt vergessen zu sagen. Geht siegreich aus dem Kampf hervor. Das darf natürlich nicht fehlen. Jetzt würde ich gerne mal einen anderen an die Spitze setzen. Ähm. Wie wäre es denn mit Alpha Dragon? Der ist noch ziemlich unterlevelt. Pikachu. Ja. Pikachu. Dich will ich bewegen. So. Dann sortiere ich gleich mal. Ähm. Ja. Carpador. Die müssen wir auch irgendwie trainieren. Wie das passieren soll. Weiß ich nicht. Ja. TMs erlernen kann er noch nicht. Aber. Na. So viel dazu. Probieren wir erstmal Pikachu zu trainieren. Funktioniert das hier auch. Das war hier. Guck mal. Horror Night an die Spitze setzen. Und dann. Dann. Können wir ihn austauschen im Kampf. Und dann. Kriegt er auch ein paar Punkte ab. Das wird zumindest eine Lösung. Oh. Da ist Jessie. Und sie hat James verloren. Hm. Du bist schnell als du aussiehst. Können Tami mal euren Namen verraten. Ich weiß sie ja schon engst. Aber. Damit sie mal dort stehen. Das wäre nicht schlecht. Und ein weiterer Trainer. Den ich gekonnt umgehe. Und da ist James. Da sind wir richtig. Ich habe das voll drin. Ich folge euch weiter. Ich folge euch weiter. Bis ich euch finde. Und ein nächster Trainer. Ein kleinkind. Bist du auch hier? Um die Höhle zu erkunden. Ja. Durchaus. Bin ich um die Pogman Höhle zu erkunden. Aber vor allem um auf die Mondbeer zu kommen. Vielleicht kommen wir da jetzt schon drauf. Aber vielleicht kommen wir auch nicht drauf. Das ist jetzt die Frage. Hm. Platscher. Das wird es jetzt natürlich bringen. Ähm. Kann ich jetzt einfach mal gegen Alpha und Dragon tauschen. Einwechseln. Zack. Horror Nights kommt zurück. Und Alpha Dragon. Du bist dran. Bin ich klack schon. Genau. Jetzt würde ich gerne mal wissen. Ob da beide was abkriegen. Ob der Horror Nights da auch was abkriegt. Weil er mitgekämpft hat. Naja. Hat er nicht mitgekämpft. Wirklich aber. Ob er irgendwie nichts dabei war. Ein Tiny Maok und ob er die ja viel kriegt. Donnershock hat keine Wirkung. Au Backe. Ja gut. So viel dazu. Und dazu so viel. Ähm. Zahltag. Ja das wollten wir ja mal ausprobieren. Und wir schießen mit Mauzis Münzen. Ja das ist nicht ganz so hübsch. Wie wenn Mauzi das machen würde. Ja hm. Scheinen würde einfach Pokémon Donner zu sein. Kann das sein. Dass Mauzi einen Pokémon Donner da oben drauf hat. Ruckzuck Ip. Na komm. Alpha und Dragon. Gib Dein Bestes. Ich weiß Dein Bestes ist immer noch nicht gut genug. Aber man kann es ja zumindest versuchen. Verliftet. Hm. Sollte man das Pokémon wechseln. Ähm wie wäre es denn mit Mary. Da kriegen gleich alle was ab. Kleinstein dürfte doch was können oder. Den Sandern haben wir gerade erst gefangen. Aber gut. Nein Sandern haben wir nicht gerade erst gefangen. Kleinstein haben wir gefangen. Mary. Aber die wirkt sich doch wohl verteidigen können. Na komm. Was kannst du. Sandwirbel. Tackle. Ähm. Einigler. Naja. So viel dazu. So viel zu was können. Ein bisschen Tackle kann er. Das bringt uns aber herzlich wenig. Außer dass wir langsam Stück für Stück was abziehen können. Na toll. Da muss ich wohl noch ein paar DMs einsetzen oder das Ding ein bisschen trainieren. Und das ist ein paar neue Attacken erlernt. Das sieht ein bisschen schlecht aus. Gerade ging das Sandamer. Ein bisschen kläglich. Na komm. Du wirst doch wohl noch zuhauen können. Momentan wird es hauptsächlich gehauen. Na komm. Kleinstein. Wenigstens mal Richtung Rot. Also du sollst ihn gar nicht in den roten Bereich bringen. Sollst ihn gar nicht töten. Das erfahrte ich nicht. Aber zumindest mal so in die Richtung. Dass es von einem anderen Pokémon mal klar gemacht werden kann. Dass die Chance besteht. Du kannst ja schon mal den Weg ebnen. Zum Erfolg. Das sind doch die wichtigsten Leute. Auch mal den Weg ebnen. Also das ist. Man muss ja nicht. Man muss ja nicht immer der Beste sein. Und man muss ja nicht immer der Großartigste. Brillanteste sein. Und nicht immer der Stärkste im Team sein. Aber das ist doch auch immer eine wichtige Rolle. Wenn man demnächst den Weg ebnen. Wo man sagt. Ja gut. Ich gebe mein wirklich Bestes. Und ja. Der nächste haut halt rein. Und ja. Ich habe das schon mal vorgewärmt. Ich habe das schon mal. Mein Bestes getan. Dass es. Ja. Uns als Team nicht zu schwer fällt. Versteht er. Der Team. Danke. Mal dahinter. Aber man. Ich hätte es wissen müssen. Aber gut. Das war eigentlich klar. ein Spielfehler. Meinerseits. Darf ich jetzt eventuell. Den Zug vergradet. Na komm. Einmal ruht zurück hier noch. Oh oh. Wurde mir nicht vergönnt. Noch einmal anzugreifen. Das wird der lange Kampf. Dann würde ich mal sagen. Ähm. Ähm. Kitt. Der darf auch mal wieder kämpfen. Ich habe lange nicht mehr gekämpft. Er mal wieder dran. Darf sich mal wieder beweisen. So. Ähm. Am besten mit Windstoß. Na komm. Machs alle. Ich sagte. Machs alle. Ich sagte. Kitt. Verstehst du. Was ich damit meine. Ich sage. Machs alle. Dann will ich sehen. Dass du den Kopf wieder verratzt. Komm. Dann verratzen hier. Den Erdrohnen gleich machen. Aber das hast du ja jetzt doch mal hingekriegt. Super. So macht man es. Kinderrupps besiegt. Das war. Ja. Ein schwerer. Nein. Ein schwerer war es nicht. Aber. Ein zäher Kampf. Du wünstst 120. Ich krieg aus dem Kampf hervor. Du erhilst 3 Pokébälle. Und durch Zahltag haben wir noch ein bisschen was dazu gekriegt. Naja. Nicht schlecht Herr Specht. Du findest eine Perle. Die kann man teuer verkaufen im nächsten Supermarkt. So. Wo sind James und Jessie die? Da hast ihr Mautzi zumindest schon. Das ist zumindest nicht so schlecht. Mautz. Na dann hinterher. Oh. Was haben wir denn hier? Eine Wasserquelle. Oh. Ein Kleinstein. Ist K.O. Na sieht aus als würde es jederzeit umkippen. Ja das ist ja auch Game Over. Dann holen wir mal Horror Night raus. Das wurde lustig. Du setzt deine Reise nun an der Seite von Horror Nights fort, da haben wir ein Carbodor was hinter uns herplatscht. Cool. Ich brauche Wasser, 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 kein Wasser hier, so ungefähr, das sieht doch erwärmlich aus. Carbodor dahinter uns, genauso muss das sein. Oh, ein Zubat, aus dem Weg gehen, Beleber, cool, haben einige in der Tasche schon, aber kann nicht schaden, da eins mit zu haben. Oh, Tim Rocket, ein Rüpel, dann nehme ich letzt mal den Beleber, mit der Tasche, ah ne, wir setzen auf, ich würde sagen, Pikachu, wenn wir gegen Team Rocket kämpfen, kann das glaube ich nicht schlecht sein. Also Kit kriegt einen Trank und Pikachu kriegt einen Trank, damit ist das Team fast wieder vollständig geheilt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal Pikachu nach vorne, aus dem Bug mal nehmen. So. Ja, dann kann er mit uns rumlaufen, da haben wir Iwoli und Pikachu, das ist doch spitze. Und auf geht's, in den ersten Kampf gegen den ersten Team Rocket Rüpel. Wir haben hier was wichtiges zu ledigen, mach dich vor, ach du, wenn's nicht. Nein, Team Rocket, fordert mich raus. Na spitze, darauf habe ich doch ewig gewartet. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Endlich ist es soweit, wir kämpfen gegen Team Rocket und auch Team Rocket hat nur ein Pokémon, komm mal, es ist ein Traumato. Los, Horonite. Äh, ja. Karpador gegen Traumato. Wer wird gewinnen? Es bleibt spannend. Aber auf jeden Fall. Traumato, ähm, 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 ähm. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie die Stärken sind, aber Pepe würde ich sagen. Na komm, vielleicht kannst du da was anrichten. Ähm, ich weiß nicht, aber ich hoffe es... Auweia. Sieht ja schlecht aus. Danke, Dieb. Na komm, na komm. Danke, Dieb. Zeig, was du kannst. Oha, nicht schlecht. Am Traumato ist auch nicht schlecht. Das ist nicht scheiße. Pepe schläft. Pepe, nicht schlafen. Jetzt wird gekämpft. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ähm, ich kann wirklich keine... Ich hab wirklich keine... Oh man. Aha. 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 Alles klar. Ein neues Menü instickt. Na komm, vielleicht wacht es wieder auf. Rankenhieb. Pepe, 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 Pepe. Pepe schläft tief und fest. Ja gut, Pikachu, Donner Schock, na komm, du schaffst das nicht, Pikachu gegen die Rocket muss nicht immer passen, ist nicht immer die ultimative Lösung, auch wenn es im Anime leider immer klappt, zack, Pikachu ist hier sogar etwas schlechter dran, würde ich behaupten, Zahltag, da kriegen wir auch ein bisschen Münzen dazu, kriegen wir Geld, ja gut, könnte effektiver, da war dann glaube ich das Peeper schon besser dran, und die Schlafattacken hier immer, das ist doch blöd, das ist doch blöde, das ist Donner Schock, davon du es wahrscheinlich einsetzen kannst, Konfusion, ok, sehen wir das mal, ok, Tromato ist ziemlich stark, zumindest gegen die Pokémon, die wir bisher eingesetzt haben, ist das ziemlich effektiv, und Pikachu, wo du besiegt sie im Schlaf, Pikachu, das war doch süß, ähm, so, nehmen wir jetzt Blackie, Blackie, da kann auch Blackie mal wieder kämpfen, ewig nicht mehr gekämpft, so Blackie, du bist da, du bist dran, ähm, ja, mach dem Ganzen ein Ende, mit dem Doppelkick, und zack, zack, und zack, na komm, sehr gut, wir haben das auch mal geschafft, Blackie erhält Erfahrungspunkte, Rorneid erhält, äh, erhält Erfahrungspunkte, ah ok, dann wird das auch trainiert, du gewinnst 252 Pokémon oder, du gehst die gleich aus dem Kampf gegen den ersten Team Rocket Rüppel hervor, na dann, hinfugt, weiter mit uns, du findest einen Trank, das kann hilfreich sein, bin lieber aber nach wie vor nicht, oh, da ist Jesse und James, da, das schwarze Ding da drüben, das sieht doch aus wie ein Fussi, oder, bist du breit Mautzi, hopp, hol das Fussi, Miauts, es will irgendwie nicht, scheint nicht zu wollen, na los, mach schon, Mautzi, Miauts, tja, dich ging ja Mautzi wohl nicht so leicht überredet, so schaut's aus, na dann, ein paar, was haben wir schon, man könnte es nochmal sagen, aber, nein danke, na gut, ich versuch's nochmal, wo es mich jetzt schon angreift, und, hops, oh, das sprang in Luft, das ist dein Move, 1, 2, 3, 4, nochmal, verdammt, ich werde jetzt hier nicht meine Bälle verschwenden, um dich zu fangen, ich hab Schneiden von deiner Sorte, so dringend ist das jetzt auch nicht, na komm, 1, 2, und 3, und 4, zack, sehr gut, da war es, hier mal ein bisschen Levels, Erfahrungspunkte, es gräbt sich in den Boden, um Baumwurzeln, Nährstoffe zu uns ziehen, das Großteil davon, den Großteil davon absorbieren, jedoch die Pilze auf seinem Rücken, auch mal wird ein Pokédex-Eintrag vorgelesen, da können wir dann irgendwann auch mal einen Part lang mit verbringen, dass wir Pokédex-Einträge vorlesen, das kann bestimmt auch ganz lustig sein, eine Lesestunde, äh, ne, komm, der bewegt sich so schnell, Kein Bock jetzt drauf, na denn, Ah, das nächste Team Rock jetzt mit geht's, soviel dazu, Item, Beleber, kann nicht gebrauchen, ja damit, ähm, Beleber, das kriegt jetzt, ich weiß, ich gehe ziemlich verschwenderisch damit um, aber wir scheinen auch, gut, damit versorgt zu werden, ähm, Beleber, genau, das könnten wir gebrauchen, das ist nicht schlecht, der Tränke gehen jetzt auch langsam, haben wir sich alle, so, viel dazu, Na, der nächste, ich dachte schon, der fordert mich nicht mehr raus, stecke ich der Nase nicht in Angelegenheiten von Erwachsenen, Team Rock jetzt, der Bildschirm ist vielleicht hübsch, na ne, bin ich auch spitze, da sieht man sich wieder richtig spitze animiert aus, Rübe von Team Rocket, setzt natürlich Zubat ein, was sonst, ja, ein Traumato vielleicht einmal, naja, los, Carpador, setzt Platscher ein, ok, das wollte ich einmal machen, müsste sein, Ronald ist zurückgeschickt, natürlich ist er zurückgeschickt, aber tapfer gekämpft, los Blacky, du bist dran, ich will jetzt hier nicht ewig rumhängen, dann mache ich kurzen Prozess, Bombader, Max, äh, ne, falscher Film hier, Doppelkick, auf geht's, zack, zack, äh, ja, soviel zu kurzen Prozess, Da sieht er Klitschämpchen, er sieht Batman-Tens, äh, sie sieht Batman-Tens, hochzukieb, na komm, Batman kann auch nur Blick bringen, uha, das bringt ja wahnsinnig viel, na komm, hochzukieb, Scheint ja gut zu sein, na komm, setzt dem Ganzen ein Ende, nein, dem Ganzen nicht, aber, soviel ist dem Rübe hier, ein Ende, zack, Zubat wurde besiegt, war ja nicht allzu schwer, ein paar Erfahrungspunkte, Level 7 für Hornight, der hat noch viel vor sich, Kidd versucht, Kidd zu erlernen, äh, ja, was hast du denn so anzubieten, Spiegeltrick, na komm, vergessen, ein zweites Schwupp, Spiegeltrick und hochzukieb, jetzt bin ich sauer, na, sei ruhig sauer, ich gewinne jedenfalls 290-2050, Bugmann-Dollar und gehe siegrecht aus dem Kampf gegen den Rübel hervor, ich weiß auch nicht, wie ich das mittlerweile aushalte, immer in jedem, Hartz, in jeder Sache, oh, da ist wohl ein wildes Zubat auf mich zugekommen, und ich habe es nicht gesehen, ich fliehe, wie ich diesen Satz immer bei jedem Trainer und bei jedem Rübel raushaue, aber gut, Halt, Stopp, Finger weg, ich habe diese Vorzehen gefunden, also gehören sie auch mir, wer zuerst kommt, mal zuerst, ein Kampf, na dann, ich hoffe, er dauert vier Minuten lang, auf meiner SD-Karte ist genau noch vier Minuten Platz, oh, er hat zwei Pokémon im Team, was, sowas geht, sowas geht hier bei Pokémon, let's go, Evoli, das hätte ich jetzt nicht erwartet, der blanke Wahnsinn, bisher hatten sie alle nur ein Pokémon, geile Sache, der hat zwei, der hat zwei Pokémon, was ist denn das für ein OP-Kämpfer, na holla, eine Sensation, zwei Pokémon, ja, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber das ist jetzt hier wirklich ein bisschen, oh, hübsch, Ankenlieb scheint viel zu bringen, und Donnershock auf Pepe, ja, beeindruckt ihn eher weniger, na gut, er ist jetzt paralysiert, aber wen guckt's, er kann trotzdem noch einsetzen, na komm, Donnershock, zack, das würde hier nichts bringen, Ankenlieb, zack, so, Voltoball besiegt, und da war es noch einer, na, wer wird wohl das zweite Pokémon sein, Magnetilo, nein, ich möchte weiterkämpfen, die Auswahl, die hatten wir auch noch nie, es kam noch nie dazu, dass wir weiterkämpfen mussten, wir haben das Pokémon immer sofort besiegt, und dann war der Trainer auch besiegt, oh, die sah gut aus, die Attacke, und er sieht wieder Badmantons, die Märze von Badmantons, Badmantons, keine Ahnung, wie die Märze von Badmantons ist, es gibt nur eine Badmantons, eine einzig wahre Badmantons, davon gibt's keine Mehrzahl, nein, das ist, ja, das ist wie, es gibt auch keine Mehrzahl von Zwergenfürst, das ist einfach, es gibt nur eine Zwergenfürst, und das bin ich, das wird hier wohl, also, nein, Nein, es gibt ja auch keine Mehrzahl von Gronkh, es gibt ja nur eine Gronkh, das ist banal, nein, das ist sowas zu denken, nein, 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 es gibt keine Gronkhs oder sowas, nee, streicht das aus irgendeinem Wortschatz, das gibt's nicht, das ist wirklich, das ist mal ganz, ganz im Ernst mal so, die Mehrzahl, Mehrzahl für Eigennamen, na gut, bei den Vornamen macht das Sinn, Benjamins, Jetzt muss das piepen, oder Toms, oder, wo kommt denn der Name jetzt her, in wessen Name ist das wohl, den ich jetzt gerade rausgepiept habe, aber, kacke, jetzt muss ich dran denken, das rauszupinken, schreib mir gleich mal einen Zettel, fuck, wenn ich das vergesse, fuck, na ja, gut, ich hab ja nicht meinen Nachnamen gesagt, also, ist ja nicht so, als, äh, komm, 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 jetzt hier, Nein, mein Joy-Con spielt wieder verrückt, ist ja nicht so, als hätte ich mich jetzt hier geoutet, Ein, wechseln, komm, Mann, manchmal macht dieser Controller mir auch Ärger, so, man geht's ruckzuck, Mach's alle, so, äh, ja, soviel dazu, soviel zu alle machen, noch seh, wo die Doppelkrieg, ich glaube an dir, Stopp, 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 die Aufnahme ist erkritten, das ist hier gerade, Speicherplatz auf der Kamera, man muss gar nicht Platz schaffen, ich hoffe, es ist nicht zu viel weggegangen, na gut, ich geb dir eins ab, Tüftler besiegt's, Irgendwann ist es 400 Pokémon Donner, und eines, von was auch immer, Och, der hat aber geheult, das, ach, Mann, ich wollte ihn jetzt, ich wollte ihn jetzt nicht traurig machen, das ist, Ich wollte ihm jetzt nichts klauen, soll er doch behalten, Mann, na schön, teilen wir, Es gibt 8 Fossil pro Kopf, aber du musst nicht gierig werden, Och, Mensch, der sah so verhüllt aus, ich will ihm jetzt nicht, jetzt fühle ich mich auch schlecht, Ich will ihm nichts wegnehmen, ich will nicht klauen, Ja, Bistirat 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 Untertitelung des ZDF, 2020